Information zum Intercity 8 nach Romanshorn. Der Intercity 8 nach Bern, Zürich, Zürich Flughafen, Romanshorn Abfahrt, 9 Uhr 34, steht zur Zeit in Spiez. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Der Intercity 8 nach Romanshorn. Der Intercity 8 nach Bern, Zürich, Zürich Airport, Romanshorn, Departure at 9 Uhr 34, ist currently delayed at Spiez. Das ist wegen einer technischen Difficulty mit dem Fahrzeug.